Wenn ich schreibe, habe ich immer einen Skript in der Cafeteria oder in der Kaffee-Shop geschrieben. Ich kann nicht in einem Haus oder in einem isolierten Ort schreiben. Denn wenn ich eine Banne und eine Szenario schreibe, dann bin ich immer wieder zu Hause. Also wenn ich zum Beispiel ins Hotel gehe, weil ich einen isolierten Raum brauche, einen Zimmer oder so für mich alleine, dann schlafe ich irgendwie ein, dann liegen ich einfach nur auf dem Boden. Aber ich kann nicht in der Cafeteria in der Mitte sein können. Also, ich habe café-Shop-Shop-Shop-Shop-Shop-Shop-Shop-Shop-Shop-Shop-Shop-Shop-Shop-Shop-Shop. Ich habe ein paar Ching mi Summer,'! Es ist so, dass ich zum Beispiel bei drei Cafés immer dieses Hafe-Shop-Shop-Shop anweshrie塊 um kaffee zuisf問. Also, in der Cafeteria, and on the street maybe I can see something, I can discover some strange no cambstand I can dunno, Oder bei Betrdi weil ich mich etwas può impressed. Was mich eigentlich anreizt ist, wenn ich in Cafés das Drehbuch schreibe, dann höre ich es nicht mit Absicht, aber ich höre es mit, was die Leute zum Beispiel quatschen und so, und das reizt mich auch an. Zum Beispiel, in the case of Parasite screenwriting, I cannot forget the day, there is one very crucial day, it was 2017 August, 4, 5, because Parasite is a really important day. Das war ein wichtiger Tag, der 4. August. Ja. Das war es jetzt. Ich habe mich mit der Zeit, und die Leute, die das Video hingen noch nicht auf. Das war das, was ich habe, wie ich wundere, als ich habe. Das ganze Structure habe, der Structure bereits habe ich wieder auf. Da war mir. Das war das erste Mal. Das ist ja das, was ich habe mir, weil ich, was da auf der Ergung des Structures. Das war an dem Tag so, dass ich im Auto plötzlich von den Gedanken wirklich so richtig besessen wurde. Also da plötzlich kommt die Idee, also für die zweite Hälfte von den ganzen Filmen. Es gibt immer solche Momente, die wirklich mich richtig, also wirklich erwischen. Also deswegen, es war wirklich ein besonderer Tag und deswegen, da habe ich gleich einfach Notizen gemacht. Da sieẻ, also das war, war wirklich muss ich. Alle da, die ich nicht dabei habe. beigetragen, wenn es rüber etwasJon war. Du Georg hat seinen Dingen nicht.